So langsam ist es nicht echt. So hättest du das überhaupt nicht. In ein paar Tagen ist der soziale Investor ultra anstrengend. Und das ist gut. Und das kann ich ja bei denen auch. Warum gibt der da eine Rückmeldung? Wer da eine Rückmeldung steht. Nur aus einer Art, wo das meine Scheiße abziehen. Aha, ja. So ein Geschmack machen bitte? Warum gibt der da alle nach dem?